Musik So, da bin ich mit meinem Let's Play Rule of Rose. Ich bin zwar wieder euer Bummsachsen30 und wir werden jetzt uns auf die Suche nach den Hasen machen. Aber davor möchte ich ganz gern speichern. Wir haben jetzt einiges gefunden, damit es nämlich nicht wieder verloren geht und ich sterbe. Das ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Abschnitt, äh, Triebwerk 3, okay. Ich glaube, jetzt komme ich zum Laderraum wieder, ne? Ja. Schon in der Hammerhöhe sind überall Gegner unterwegs, ey. Ah! Oh, scheiße, der hat mich sogar. So, ich möchte schnell hier speichern gehen. Höh! Höh! Hier ist der Eimer. Objekte aufbewahren, ja. Ah, so. Oh! Ah was, ne? Bitte. Ich hoffe, dass es mir nicht sieht. Okay. Also, ich tue jetzt einmal alles da rein. Das Parfüm tue ich jetzt rein. Tue ich die Socke rein. Die Pasta behalte ich. Äh, das tue ich rein. Die Murmeln behalte ich jetzt auch mal. Äh, ist der Peter? Okay. 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 Okay, ähm. Ich möchte jetzt einfach noch... Hört ihr jetzt das einmal oder zweimal? Ich weiß es nicht. Und jetzt sollte ich dann die Schokolade mitnehmen. Und den Lollipop. Ah, das ist eine Eins. Okay. Äh, die Eins sieht fast aus wie eine Zwei, ne? Ähm, gut. Das heißt, ich habe zwei Minimitabplätze frei. Sollte ich noch unterwegs was finden oder nicht? Und ich habe genug für den Endgegner. Okay. Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus, bevor ich speichere? Ja, geht schon noch. So, ich möchte nochmal speichern. Äh, und den nach Tipps fragen, genau. Nach Tipps fragen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es an der Zeit, dass du und die ängstliche Prinzessin entscheiden. Wer von euch im Rang ganz unten steht. Suche und fange Sir Peter, den Hasen. Mehr sag ich nicht. Na gut. Ich möchte jetzt erstmal speichern, bitte. Speichern. Euch ist sicher aufgefallen, dass manche Videos sehr lang sind, andere sehr klein. Aber darauf kommt das eigentlich gar nicht an, finde ich. Gut, dann speichern wir mal auf die erste Datei. Weil ich mache das halt so nach Gefühl. So. Nach Gefühl? Wie doof das klingt. Ja, ich versuche halt so 15 Minuten zu machen. Sollten es mehr sein, ja mei, okay. Sind es jetzt über 30 Minuten. Teile ich den Part? Auf jeden Fall. Sollte es noch unter 30 Minuten sein, auch wenn es knapp 30 Minuten sind, dann teile ich den Part nicht. Wäre unsinnig. Ja, und sollte der Part mal 10 Minuten lang sein, mein Gott, dann ist das halt so. Müsste damit leben. Weil eine Eingruherstellen, aber jetzt könnte ich jetzt auch machen, aber die funktioniert nicht mehr richtig. Ich brauche mal wieder eine neue. Und es reicht schon, dass ich mit meiner Krankheit die ganze Zeit husten muss, ey. Jetzt wird es wahrscheinlich eh gerade ausgehen. Nope. Ah, sind wir jetzt schon hier, oder wie? Jetzt ist der Hass hier drin, ne? Ja, aber da komme ich ja nicht rein, ne? Sag ich doch. Das war jetzt klar, dass mir das davon einer trifft, bei so vielen. So, dann gehe ich jetzt hier durch. Ich gehe jetzt hier durch. Dann gehe ich jetzt das Raucherzimmer. Kräuter 3. Und jetzt dann in die Herentretter. Öffnen. Ähm. Well, I. Oh, ich war so schlau, ne? Oh, ich war so schlau, ne? Oh, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geh ich nochmal da rein. Da ist er, ist er drin, das weiß ich. Öffnen. Sag ich doch, da ist er. Ich sehe es mit meiner Gesundheit aus. Geht schon noch. Geht schon noch. So, Hase, wo bist du? Mann, 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 sind das hier viele, ey. Hier rein, ne? Ja. Ah. Also jetzt brauche ich aber was. Ne, noch nicht. Die ist einfach viel zu schreckhaft. Halt, warte. Hier muss ich doch speichern können, ja. Vor dem Endkampf möchte ich nochmal speichern. Meine Güte, ey. Arme ist hilflos, elendes Mädchen. Gibt es mir eigentlich neue Tipps? Ja. Überschreiben. Ich bin ja dann erfolgreich, danke. Leute, wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020